So, let's do this, off the mask. Latt fertig, Junge. Jetzt, gut. So, wir spielen. F2000? Nein, das ist scheiße. Hm, nein, wir spielen mit M16. M16 geht immer. Okay, Bitches, let's go. Und hier drüber! Ne, doch nicht. Okay, go, 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 Leute. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Okay, go, man. Hey, you kick your ass after. Da haben wir doch. Da steht sogar einer, der hat ihn nicht mal unter Feuer genommen, Alter. Zwei Leute stehen da mitten auf der Straße und keiner nimmt ihn unter Feuer. All units, wir haben den Injektiven. Wir haben den Injektiven. Wir haben eine Warte zu finden. Wir haben eine Warte zu finden. Oh, Alter. Die eigenen Leute tun einen Nerven. Das war jetzt einfach gerade schlecht von denen. Wir haben hier über uns. Ist einer. Alter. Alter. Okay, da müssen wir hingucken, da müssen wir hingucken. Und hier den Hauptweg brauchen wir aber auch noch. Und dann eigentlich auch noch die Seidenstraße. Oh, Erdbeben! Okay, gut. Der wird eingenommen. Von wem denn? Hier ist irgendwo einer. Hä? Ich kann den nicht zu Ende einnehmen. Warum das nicht? Irgendwo liegt hier einer. Was ist denn das gerade für ein Quatsch? Wir haben den Objektiven. Wir haben die Objektive genommen. Wir haben das Objektive genommen. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Ich nehme die C ein. Okay, jetzt sind wir ja sinnlos an dem Platz. Da oben ist einer. Du, da läuft er direkt neben dem. Oh, Scheiße. Ah, fuck, 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 fuck. Jetzt waren sie auf einmal aus jeder Ecke gekommen. Vor mir im Graben jetzt gerade. Rechts oben zwei Leute auf der Straße. Und links, glaube ich, noch an der Böschung, an der Bank. Und meine eigenen Leute laufen dran vorbei. Das ist so wunderschön. Das ist so wunderschön. Hey, guck mal hier. Da hat keiner von diesen Typen das Feuer eröffnet, ja? Überkrass. Die müssen die Leute ja nicht killen, aber die müssen mal raffen, dass da jemand ist. Und mal irgendwie... Und wenn es Unterdrückungsfeuer nur ist. Ich spiele ja jetzt ja auch nicht 100% komplett konzentriert. Aber mal ein bisschen raffen, was da passiert, sollte man schon, oder? Oh, fuck. Ich glaube, jemanden... Da irgendwo gesehen? Nein. Ich bekomme ja auch nicht unbedingt jeden mit, aber... Wenn der 5 Meter neben ihm steht und nur weil er einen Schalldämpfer benutzt und deswegen nicht auf dem Radar auftaucht, heißt das so lange nicht, dass man den jetzt nicht irgendwie treffen kann. Oder raffen kann, meine ich jetzt. Okay, okay, okay. Wo kommt das her? Schlagen die ganze Zeit immer so ein paar Schüsse ein, aber ich raffe nicht von wo. Scheiße. Okay, das war ja ganz schön scheiße. Ach shit, was mache ich denn gerade? Wir müssen den da killen. Okay, der ist weg. Da habe ich gerade übel... Da war ich gerade komplett in Gedanken. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal neu... Oh, 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 oh. Okay, das sind Scheißpositionen, die wir hier gerade haben. Geht sie schon durch? Hat das einer... Ja, das haben sie schon aufgesprungen. Okay, da kam, glaube ich, noch einer, oder? Aber bei C sind auch schon da welche. Oh fuck, der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich. Oh, da war noch einer. Fuck it, man. Shit. Die rennt vorbei. Ach, ich war schon halb tot, man. Der muss ja jetzt unbedingt den hinteren langlaufen. Scheiß Gang da. T-Backt der mich? Ah, weil ich ihn jetzt schon ein paar Mal weggefickt habe. Boah. Was ist das für eine Muschi? Okay. Wechseln wir Waffe? Ne, M16 geht ja eigentlich ganz klar. So, jetzt müssen wir nur irgendwie, ich habe nämlich irgendwie, irgendwie, sage ich jetzt nur noch irgendwie. Ich habe keinen Bock zu verrecken, deswegen müssen wir mal ein bisschen gezielter unseren Spawn wählen. Wir haben B, aber bei B sind auch G, genau. Aber B blinkt nicht. Ah, ne. Der hat ihn überwältigt. Sehr gut. Arbeit wird er eingenommen. Von dem, glaube ich, hier. Also vom... So ein Feind. Boah. Wieso verreckt da nichts? Und jetzt wird er von hinten beschossen? Willst du mich veralbern? Ach, du Scheiße. Ah, ich habe gar keinen Raketenherrver dabei. Oh, friss die Granate. Scheiße, die ist abgeprallt. Weg hier, weg hier, weg hier. Lauf, Mann. Hinter uns ist was. Du Vollidiot. Oh, scheiße. Lauf einfach nur. Lauf, Miro. Alter. Bitte jetzt hier keinen im Seitengang hier. Oh, nein, Mist. Wir hauen jetzt hier Energie hin. Ah, leck mir den Sack. Wir brauchen nur eine einzelne Granate. Hier, du Scheiß-Versorger. Mach das Ding platt da. Ah, der ist schon raus, oder? Ja, er ist da raus. Boah, übel. Aber wieso ist denn da hinten? Ich habe ein bisschen Angst, dass die jetzt von hinten kommt. Oh, ja. Jetzt rotzen die mit ihrem Scheiß-Wattnick hier sinnlos rein. Weg, weg, weg. Lauf, lauf. Wieso macht er hier gerade so einen Slow-Mo? Hier kommt einer. Hier kommt einer. Oh, motherfucker. Keine Angst, hole dich zurück. Boah. Boah, das war... Alter. Wo kommen die denn her? Hier ist irgendwo ein Nest. Wir checken mal kurz die andere Seite. Okay, da ist erstmal nichts. Ich hänge am Tisch. Alter. Da unten? Ja, ja. Das werdet ihr wohl... Ja, ach komm. Laber doch kein Gas. Oh, scheiße. Oh, ist das nervig. Wir werden da wohl mal diesen einen Typen da wegkriegen. Noch übelst viele Tickets. Okay. Der ist da gerade alleine und ist tot. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Mhm. Ne, das Fahrzeug ist scheiße. Das kannst du schön alleine fahren. in der Granate und du bist tot. Das ist fast wie, als wenn du alleine rumlaufen würdest. So. Wir laufen mal zu A. Checken aber eher den Aufgang hier. Also den Weg nach oben. War ich da nämlich, ehrlich gesagt, Gegner. Warte. Granate über den Dingens da. Ja, da kommt noch einer. Ich hab ihn gesehen hier. Hinter dem anderen Container. Bin ich hier gerade komplett alleine? Arm verteidigen oder was? Wollt ihr mich alle veralbern? Ihr Bitches. Wir heizen einfach mal rein. Hinter uns ist ja eigentlich unser Spawn. Da dürfte keiner kommen. What? Was war das denn? Ey, das war jetzt echt nicht fair. Wo kam das her? Wir haben so einen sinnlosen Dev. Der sitzt oben bei B. Der fährt irgendwo in der scheiß Kar rum. Der sitzt noch im Spawn. Da ist wohl gerade AFK. Na gut, da gehen wir da aber da rein. Lieber ein bisschen in Sicherheit. Jetzt haben wir trotzdem A verloren, Alter. Ich hab hier gerade komplett die Aufgabe von den Leuten übernommen, die hier die ganze Zeit rumsitzen. Alter. Hier kann man drüber. Nice. So an sich gerade nenne ich... Oh, oh, oh. Ach, Mann. Aber war ja auch keiner mal irgendwie was dort unter Feuer nimmt. Ich bin hier der Einzige und rotz hier rum. Okay, jetzt werd ich wiederbelebt. Krasse Leistung. Aber ohne Mist. Ich komme hier gerade an der A-Flagge. Also besonders hier an der A-Flagge. Wow. Boah, als wär ich hier alleine. Schießt rein, ihr Fotzen. Ihr müsst mich treffen. Hauptsache unterdrücken. Ey. Das ist doch nicht den hier ernst. 27.5. 27.6 wird das jetzt. Okay. Okay, jetzt müssen wir irgendwie abseits von A. Weil A ist gerade einfach nur überrannt worden. So, die nehmen D ein. Da brauchen wir jetzt nicht extra nach hinten rennen. Oder? Naja doch, das schaffen die schon. Dann nehmen wir hier C ein. B gehört uns schon. Ich bin ein Medik. Kann ich dir helfen? Scheiße, die haben das Granatwerferfahrzeug. Oh, fuck. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Krieg ich, krieg ich, krieg ich, krieg ich. Dann packen wir hier mal was, ja? Dann packen wir hier was gegen die Wand. Oh, scheiße. Ich hab das direkt vor mir gegen die Kante geworfen. Jetzt muss ich erstmal rennen. Ich muss erstmal das Gebiet aufgeben. Das ist schon wieder komplett verloren. Wie ist einfach mal teilweise nicht verrecken? Wieso lädt er nicht nach? Oh, fuck. Jetzt muss ich aber laufen. Kann man hier rein? Ja, hier kann man rein. Ich hatte gerade gedacht, ich hab auf vier gedrückt. Auf einmal passierte nichts. Und ich saß da mit drei Schuss. Okay, das war ein bisschen langsam reagiert von mir. Nimm du mal alleine B ein. Ich guck mal, dass hier keiner über die Hauptstraße kommt. Puh, da drüben rennen sie schon mal rum. Wenn der mich jetzt hier spottet. Ich dachte, das hier steht dann direkt gegenüber. Geh du mal. Nein, geh mal mit zu B. Nimm erstmal B ein. Sehr gut. Ach, scheiße. Ach, fuck it. Weil ich jetzt wieder so einen Rotz zusammengeschossen hab. Der ist... Wo ist denn der? Achso, der hockt da auf dem Schutthaufen bei... Achso, das wurde jetzt... Ja, 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 ja. Verstanden. Irgendwie haben die gerade alle... Scheiß Position. Ja, Cocksuckers hier. Wann? Kommst du zurück, Kollege? Okay, hier ist erstmal nichts. Oh, da wird noch... Jetzt hab ich's gesehen auf der Krabbe. Alles klar, erledigt. Aber relativ ausgeglichenes Spiel. Also es macht schon Laune, aber... Es gibt halt irgendwie so teilweise... Kopflose Situationen von meinem Team. Oder zumindest keine Reaktion zu der Situation. Oh, da war die komplette Straße voll mit Leuten. Oh, 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 oh. Ach, scheiße, was schießt du denn zusammen hier? Okay, da war knapp. Ich hab gedacht, da kommen direkt nach oben. Du hast deinen ersten Tag hier. Nein. Ach, scheiße. Ich muss weg hier. Die wissen, wo ich bin. Die wissen, wo ich bin. Und da ist er hinter mir. Ah, da waren zwei hinter mir. Oh, what? Vier? Wie will man sowas machen? Und wo war mein Team? Wir haben doch nur noch B, oder? Da müssen die doch auch irgendwie... Zumindest mal zwei, drei Leute bei B spawnen. Ah, ne, wir haben D. Gehen sie natürlich alle zu D. Und bei C kämpfen sie alle am liebsten, weil jetzt offen ist. Fickt euch alle. Was hab ich von score? 34, 8. Ja, das ist in Ordnung. D wird auch schon wieder eingenommen. C wird von uns eingenommen, oder? Aber ich will nicht bei C sparen. C ist mitten im Nirgendwo. Der ist oben. Ne, das ist unten. Ach, der ist oben bei C. Aber da ist das Fahrzeug von denen. Ah, ist gerade irgendwie alles scheiße. C ist auch scheiße. Ah, gut, C ist ja in der Mitte. C ist scheiße. Der ist da. Okay, der ist an der Bank oder so. Zumindest erinnern mich diese Türen da an Bankgebäude. Warum auch immer. Okay, der ist tot. Ne, ist gerade alles sinnlos reinzusparen. Oben bei A. Ja, los. Das ist trotzdem noch am... Oh fuck, ich spawne ja direkt hier vorm Haufen. Okay, achso, der war schon... Oh. What? Wieso kommt da einer von rechts? Wieso werde ich von rechts beschossen? Oh, ey, da kriegst du den Hass. Wieso wird der nicht beschossen? Der liegt da mitten im Freien? B. Ach man, ey. Ja, wir spawnen mal einfach jetzt wirklich hier mit bei uns im Lager. Ah ja, die Karre kannst du schön alleine haben. Und wir gucken mal hier über einen Schutz aus sicherer Entfernung vom Lager aus und versuchen mal, da haben wir doch was. Na, wie wär's mal mit sterben jetzt? Wo kam gerade die Rakete her? Hier kann eigentlich keiner durch, oder? Also wenn, dann müssten sie in diesen Death-Bereich Dann facken wir nochmal eine Granate-Random rein. Oh, 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 oh. Ah, der ist doch schon zu gutem Tod, oder? Ja. 70 Schaden. Okay, Hammer. Okay, der ist weg. Der Hock, der hinter der Karre. Wir müssen jetzt mal irgendwie aus dem Spawn raus, aber wir müssen zu einem anderen. Also nicht zu A. Aber der Typ hier, der, den hätte ich eigentlich schon ganz gerne noch. Scheiße. Ah, ne, da ist er. Ach, leck mich doch. Wo soll man jetzt noch hingehen, um hier irgendwas noch... Ja, alles klar. Fahr mal schön den Masken um. Hier, lass mich mal kurz hier noch zurückholen hier. Zack. Na los, ich gehe jetzt hier. Du fährst. Wow, entspannen. Was? Der war noch nicht tot? Na, musst du wenn, dann schon killen, wenn du von hinten kommst. Wir gehen mal hier durch den Seitengang jetzt. Oh, schauen, dass der nicht irgendwie gekämpft wird. Ne. Oh, hier rechts von uns ist einer. Ach, ich hänge am... Am Einkaufswagen oder sowas. Einmal reingehalten, die Waffe in die Wohnung. Zur Wohnungstür. Ich glaube, bis... Irgendwie bis zu der Ecke oder so können die reinlaufen, ohne in dieses Death-Gebiet sozusagen zu kommen. Okay, da kommen unsere Leute. Ah, wird eingenommen. Die Punkte schnappen. Hier wurde aber keiner gerade wiederbelebt. Ne. Komm, ich will die Punkte noch haben. Ich will die Punkte noch haben. Ja, nice. Aber in letzter Sekunde noch gekommen. Ah, da kommt schon wieder einer. Ah, ich halte es irgendwie für keine gute Idee. So, kurz abwarten. Nicht, dass irgendwie ein Spawn-Kollege, also ein Squad-Member damit hinterherkommt. Ne. Okay, jetzt verpissen wir uns hier. Bei kompletter Lehne ist halt... Och, scheiße. Scheiße, ich hab... Wir müssen mal die Waffe von dem Typen da holen. Wo liegt der? Hier liegt der. Nimm die scheiß Waffe. Oh, fuck. Jetzt ist sie gerade weggespawnt. Ich hab nur noch 17 Schuss. Kann ich dich aufreißen? Ich bin ein Medik. Ich bin ein Medik. Ja, am Arsch bist du ein Medik. Da höre ich ein Auto kommen. Okay, jetzt haben wir langsam echt einen... Das ist perfekt. Da kommt unsere Waffe. Unseren... Okay, der hat ihn erledigt. Krasse Scheiße. Okay, Krasse. Boah, leck mich doch, Mann. Puh. Das wird mal eine lange Folge, so wie es ausschaut. Wir sind da noch knapp 100... Ja, 140 Punkte sind es jetzt noch. Und wir sind bei über 20 Minuten. Oh mein Gott. Der Score ist zwar auch nicht mehr so nice. 40-10. Naja. Das ist ein Vierer wert. Vierer ist an sich... Ja, ganz in Ordnung. Ne, der rennt ja gerade voll in den Gegner rein. Da gehen wir nicht hin. Mh... Der hockt... Okay, der wurde weggeschossen. Im... In der Base. Na, den sollten wir schon holen. Weil Leute, die in die Base reinschauen, sind das nicht unbedingt so nice. Nein. Wir haben das Objektiv verloren. Oh, ich höre jemanden links von mir. Ich hoffe, noch hinter ihm ist keiner. Boah, doch, da war einer. Kurze aufladen und... Ohne Drückungsfeuer. Fuck it. Oh, ich verpisse mich erstmal. Ich bin hier gerade... Ich habe gerade keine Übersicht über die Situation. Okay, dann haben wir... Unten an dem Straßenende ist noch einer. Alter. Friss das, du Wichser. Boah, was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Wenn man so... Wupp. Lang gestraft. So, denkst du, ich bin bescheuert oder was? Ah, ich habe das Gefühl, da ist noch einer. Weil das eine hat sich nämlich nicht wie eine AEK angehört. Hier, geh du mal voraus. Ich glaube nämlich, dass der hier... Ist der hier noch im Hauseingang? Mann, ich hänge hier immer an dieser scheiß Ecke, Alter. Ich raste gleich aus. Ne, okay. Ah, gehört uns sogar noch. Crazy motherfucker. Gleich mal hier Rampe mitnehmen. Oh, doch nicht. Erstmal reingehauen. Warte, da läuft schon wieder einer zu. Ah, ich habe ihn gesehen. Boah. Alter, ja. Schön von der eigenen Waffe verdeckt, der Typ. Habe ich mich erschrocken. Ohne Scheiß. 43, 11, oder das jetzt... Ja. Das ist alles noch in Ordnung. Weidesgehend. Hells Volleyball ein einstelligen... Death-Score. So, jetzt müssen wir mal kurz checken, wie wir hier reingehen. Der hockt ja immer noch da oben und rotzt einfach nur sinnlos rein, aber... An sich ist das ja ganz gut, wenn der A verteidigt, aber der macht ja nur Scheiße. Wo ist denn der? Okay, da ist unser ganzes Team. Da gehen wir hin. War hier gerade einer? Hier um der Ecke? Hallo? Ich hatte jetzt gerade irgendwie das Gefühl, dass da jemand war. Aber B gehört auch denn. Die können die ganze Zeit jetzt hier irgendwie diese Seitentreppen runterlaufen. Wir checken mal kurz da... Oh, Scheiße. Granate, ihr Wichser. Oh, da war... Da hat es einen erwischt, da hat es einen erwischt. What the hell, Alter? Da sind ja übelst viele. Boah, wo kommt der her? Jetzt verrecke ich... Oh, Mann, Alter. Das war so ein ausgeglichenes Game und jetzt verrecken die alle nur noch. Und ich mit. Nee, da bei C zu spawnen ist Schwachsinn. Die werden da komplett überrannt. Und die Karre spawnet auch Scheiße. Also, die sitzen zu zweit und der ein scheiß Karre. Ist doch nicht der Ernst, oder? Okay, warte mal, wir checken mal kurz hier den Gang. Oh, 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 oh. Motherfucker. Ey, hier nicht auf mich, du Vollidiot, Mann. Kümmer dich lieber, dass das Gebiet hier gesichert ist. Anstatt mir auf den... Verpiss dich, Mann. Rage. Einfach mal reinhalten. Keine Ahnung, wo das war. Wo der Gegner da war. Alter, wieso? Alter, Alter, Alter. Okay, da kommt was, da kommt was. Den haben wir. Aber ich glaube, jetzt kommen welche durch diese... Metallbrücke, oder wie man das nennen soll. Oh, oh, ja, da war einer. Kriegst du mal eine Granate nach unten? Geht mir nicht auf den Sack hier. Oh, Scheiße, ich werde von hinten geschaut. Ah, Mann. Es passieren hier solche... Übertriebenen Fehler, weil ich einfach nur mitten im Offenen stehe. Obwohl ich weiß, dass sie von überall kommen. Das sind jetzt gerade echt einfach nur so... Wie nennt man das? Wow. Faselfehler. Nein. Aber einen haben wir noch wieder in den Tod geschickt. Komm, wir sind hier bei A. Direkt vor unserer Base. Da werdet ihr wohl mal hinbekommen. What the hell? 48, 12. Ja, bam. Schön gegen die Wand. Nice. Aber ich werde hier... Ja, ey, hier mitten... Ich liege mitten auf dem freien Feld, ja. Und die werden immer noch angegriffen. Und trotzdem versuchen, die mich wieder zu beleben. Die sollen mich einfach verrecken lassen, dass ich aus dem Spawn kommen kann. Aber nee. Die fotzen. 56, 10 hat er eine da im anderen Team. Ach, jetzt... Dieser scheiß Amok-Clan im anderen Team. Na gut, ich habe auch welche bei mir. Aber jetzt gerade die Runde davor war ich nämlich... Nur mit dem Clan in einem Team. Also ich war der einzige Außenständige, sage ich mal. Alle anderen waren von dem Amok-Clan. Und jetzt kämpfe ich gegen die. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Okay, der rennt da zu A. Das halte ich jetzt nicht unbedingt für so sinnvoll. Also insbesondere alleine aus dem Häuschen zu kommen. Also die Treppe hoch zu gehen. Weil da kannst du höchstens einen wegholen. Danach musst du dich eh verpissen von da. Hat er das gepackt? Na gut, dann gehen wir mal mit zu A. Jut, jut. Schön habt ihr es gemacht. Jetzt müssen wir mal hier so irgendwie alle Flacken... Äh, verpiss dich, Mann. Alle Flacken einnehmen. Oh, da kommt schon wieder einer zu A hoch. Das ist einfach nur sinnlos. Fuck. Position verraten und nicht mal gehittet. Und jetzt ist da noch einer gespawnt bei ihm. Jetzt waren es zwei. Okay, das Fahrzeug könnte die erstmal ablenken. Das ist ganz gut eigentlich. Ach, da oben war jetzt auch noch einer. Wollt ihr mich veralbern? Und das Fahrzeug fährt dumm gegen die Wand. Die kommen aber immer schön so in einem Squad. Also immer so mit vier Mann. Da hast du kaum eine Chance. Jetzt müssen wir aber mal wieder was reißen. Ja, wir unterstützen mal unser Squad hier bei B. Okay, da haben wir einen. Da hinten habe ich noch einen gesehen. Ich kann den aber irgendwie nicht spotten. Ich gehe den mal suchen. Hier nehmt mal schön B ein. Ihr Lauchkinder. Irgendwo hier war einer. Habe ich zumindest von Weitem gesehen. Ist er hier reingerannt? Ne. Oder haben die den bekommen? Eigentlich nicht, oder? Drüben über die Tüche. Wir gehen hier einmal eine Runde. Gucken kurz hier die Dinger ab. Und dann glauben wir einfach mal, dass der nicht mehr vorhanden ist, der Typ. Oder vielleicht war er auch nie da. Wieso wird ein Bees mit der eingenommen? Ey, der war doch noch da. Der ist wahrscheinlich gerade, wo ich vorne lang war, hinten lang gerannt. Oh, ist das belastend. Obwohl da drei von meinen Leuten stehen. Natürlich noch schön Death zum Ende. Ken hat mich zurückgeholt. Ihr Fotzen. Okay, ja. Haben wir mal wieder verloren. Das hatte ich jetzt auch lange nicht mehr, dass ich verliere. Aber nur recht angenehm ist. 49 zu 15. 15 Deaths sind zwar relativ viel, aber egal. Der Score ist ja an sich schon ganz gut. Was ist das für einer? Ein 3,27er Score. Okay, also ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, Alter, eine halbe Stunde. Mal sehen, ob sich das überhaupt einer bis zum Ende anschaut. Bye, bye.